Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Plan B für das Klima. Und ich war drei Wochen in den Ferien, deswegen gab es jetzt ziemlich wenig Videos zwischendurch. Aber jetzt geht es wieder los. Und das Klima ist ja nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Und heute ist das Detailthema zum Plan B für das Klima pro und kontra der Langlebigkeit der Ozeansenke. Denn die Ozeansenke, also die Fähigkeit der Ozeane, der Meere, der Welt CO2 zu absorbieren, die ist ganz entscheidend dafür, dass wir wirklich eine Chance haben als Menschheit, dieses CO2-Problem und damit die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Das ist zumindest meine Ansicht. Ja, zunächst mal gibt es da, das habe ich in mehreren Videos vor den Ferien hier schon erklärt, zwei Modellansätze. Und das einmal das gängige Budget-Modell. Das wird von den Klimaaktivisten propagiert. Und es bedeutet, dass wir als Menschheit nur noch ein bestimmtes Budget an bestimmte Menge an CO2 zur Verfügung haben, die wir emittieren dürfen. Und wenn wir das überschreiten, dann wird es endgültig zu warm. Es gibt also eine feste Menge an CO2, die man überhaupt in der gesamten Zeit der Geschichte der Menschheit emittieren darf und mehr eben nicht. Das ist das Budget-Modell. Und es basiert eben auf dieser Erkenntnis, die so auch in bestimmten Zahlen des Berichtes des neuesten Weltklimarates steht, nämlich, dass die Erwärmung abhängig ist von den kumulativen Emissionen. Und kumulativ heißt, man addiert auf die CO2-Emissionen seit der industriellen Revolution, seit 1850. Also das bedeutet, jedes Kilogramm CO2 mehr macht es immer wärmer. Und das bedeutet, dass jedes Land nur noch eine Restmenge, ein Restbudget an CO2 emittieren darf. Das kann man ja über die Länder aufteilen. Also eigentlich geht es natürlich um die CO2-Menge der ganzen Welt, denn das ist das einzig Entscheidende. Und daraus folgt aus diesem Budget-Modell die Forderung nach einer raschen Dekarbonisierung und eben dann in der Folge diverse Verbote, wie es in Deutschland eben bis vor einiger Zeit diskutiert wurde. Ein Verbot von Gasheizung, von Ölheizung, Kohle sowieso verboten und auch Verbrennerautos und so weiter. Es hat also drastische Folgen für jeden einzelnen Bürger. Das ist das Budget-Modell. Und dagegen gibt es das Senken-Modell, was eben auch im Bericht des Weltklimarats im Assessment-Report Nummer 6 beschrieben wird. Die Natur kann jährlich eine bestimmte Menge an CO2 absorbieren. Das sind die großen natürlichen Senken, da gibt es die Landsenke und die Ozeansenke. Und Netto-Null wäre dann nicht absolut null. Also ein totales Verbot zum Beispiel von Gasheizung würde daraus nicht folgen, denn auf 50 Prozent zu reduzieren würde genügen. Das heißt, ein Umstieg von Kohle auf Erdgas, das würde zum Beispiel erstmal reichen. Also vielleicht nicht für immer, aber es wäre erstmal eine Übergangslösung. Und das bedeutet, wir haben durch diese Hilfe der Natur mehr Zeit für Bürger- und wirtschaftsfreundlichen Klimaschutz. Und heute in diesem Video geht es nochmal ganz entscheidend um die Ozeansenke. Denn sie ist der Eckpfeiler eines solchen Bürger- und wirtschaftsfreundlichen Klimaschutzes. Und wir hatten vor den Ferien allerhand Diskussionen, dass diese Ozeansenke vielleicht gar nicht existiert oder demnächst sowieso aufhört zu arbeiten, weil der Ozean gesättigt ist. Und darüber möchte ich deswegen, weil das so wichtig ist, nochmal ein Video machen. Und das ist dieses Video hier. Und die Thesen zum Thema Senken im Budget-Modell, da kommen die Senken auch vor, aber sie werden praktisch weggeredet. Die Senkenleistungen der Natur, viele so, das Senken, das Budget-Modell, also das gängige Modell in der Presse und in der Politik, die Senkenleistung würde rasch auf Null absinken. Und deswegen können wir die Senken erstmal aus der Debatte rauslassen. Und dann kommen wir eben zu den diversen Verboten. Und jetzt also nochmal eine Debatte, was hat es denn mit dieser einen großen Senke, die andere Senke ist die Landsenke, aber mit der Ozeansenke auf sich. Ist also ganz entscheidend dafür, wie viele Verbote wir hier in Deutschland oder auch in Europa oder in der Welt bekommen. Ja, und da gibt es politische Argumente, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Ich bin ja Physiker, ja, ich kann mit politischen Argumenten nicht so viel anfangen. Da wird mir also vorgeworfen, wenn ich das Senken-Modell propagiere und sage, ja, eigentlich müssen wir jetzt nicht so drakonische Forderungen stellen. Da kommt, es kann man so interpretieren, es ist eine Erlaubnis, so weiterzumachen wie bisher. Das wird mir vorgeworfen. Ich bin also sozusagen, ich habe das Senken-Modell nur deswegen hier in den Videos so propagiert, weil ich eigentlich weiter mit Kohle heizen will oder keine Ahnung was und gar keine Solarenergie und keine Windenergie haben will oder sowas. Ja, es sei eine Erlaubnis, so weiterzumachen. Stimmt aber überhaupt nicht, weil die Forderung ist ja nach wie vor, 50% zu reduzieren. Und diese Forderung ist global eine ganz, ganz harte Forderung. 50% zu erreichen, ist nach wie vor eine sehr heftige Forderung. Und das bedeutet, dass wir natürlich mit Solarenergie, Windenergie und so weiter die ganzen Maßnahmen erfassen müssen. Aber wir haben wenigstens eine Chance. Ich sehe das politische Argument für das Senken-Modell, also unser Modell hier, Optimismus durch machbare Lösungen. Und nicht so eine Weltuntergangsstimmung, wenn wir das Ruder nicht rumreißen, also total dekarbonisieren. Was denn nicht realistisch ist, dann werden wir verbrennen, aussterben oder keine Ahnung was. Also hier, Optimismus durch machbare Lösungen. Das ist meine Idee. Ja, und die Realität sieht jetzt wirklich nicht so besonders positiv aus. Wir haben ja schon ziemlich viele Jahre der Energiewende in Deutschland, in Europa und auch in der ganzen Welt hinter uns. Da war ja 2015 dieses sehr wichtige Pariser Klimaschutzabkommen. Aber das hier ist die Realität. Das ist die Zunahme der CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf der ganzen Welt. Welt aufgetragen über die letzten paar Jahre, 2019 bis 2023 hier. Das stammt vom August, 5. August ist hier das Download-Datum. Also die neueste Version hier von dieser Mauna-Loha-Messstation auf Hawaii. Und wir sehen die schwarze Linie. Da sind diese jahreszeitlichen Schwankungen der CO2-Konzentration rausgerechnet. Die geht einfach unerschrocken oder unbeeindruckt von all diesen Energiewende-Bemühungen. Auch China investiert ja massiv in Solarenergie, in Windenergie und so weiter. Unbeeindruckt davon geht es einfach nach oben. Und übrigens auch unbeeindruckt vom Lockdown in der Pandemie. Und wir sehen hier diese rote Kurve mit den jahreszeitlichen Schwankungen. Was wir hier sehen, ist die Wirkung der Landsenke. Immer, wenn auf der Nordhalbkugel Sommer ist, da arbeiten die Wälder volle Pulle. Und da geht sogar für eine gewisse Zeit die CO2-Konzentration nach unten. Und das ist ein Beweis für die Funktionsfähigkeit der Landsenke. Aber heute geht es eben um die Ozeansenke. Also die Realität sagt uns, es sieht nicht so gut aus mit der Dekarbonisierung. Ich denke, viele Länder sagen, ja, ja, wir emittieren ja gar nicht mehr so viel CO2. Aber die Realität sieht so aus, dass das, was man wirklich messen kann, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die geht einfach immer weiter nach oben erstmal. Und deswegen brauchen wir pragmatische Lösungen, die machbar sind und auch eine Chance, dass wir auch, wenn das hier noch eine Weile so weitergeht, trotzdem nicht uns überhitzen, sondern, dass wir eben Hilfe haben für die Natur. Und ich halte diese Hilfe eben für einen Hoffnungsfunken, um ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Und ich denke, dass dieser Optimismus berechtigt ist. Und ich möchte das in diesem Video nochmal in Ruhe erklären. Ja, zunächst mal nochmal unser Senkenmodell. Das ist hier meine Badewanne, die ich so gemalt habe, beziehungsweise mein Designer hat das gemalt. Also wir haben die Atmosphäre, es geht jetzt nur um ein Gas in der Atmosphäre, das Kohlendioxid. Und da werden von der Menschheit energiebedingt etwa 40 Milliarden Tonnen, zumindest war das der Stand im Jahr 2022, eingefüllt. Aber es laufen ständig etwa die Hälfte, also 20 Milliarden Tonnen raus, in Form von der Photosyntheseaktivität der Landpflanzen und der Lösung vom überflüssigen, überschüssigen CO2 in den Meeren der Welt. Weil Wasser kann CO2 aufnehmen. Wir kennen das aus der Sprudelflasche. Ja, das ist etwa 10 Milliarden hier im Weltklimaratsbericht hier. Die Daten stammen teilweise aus der Figur 5.12 vom Assessment Report Nummer 6. Das stimmt aber nicht genau überall. Ich bin in die Einzelpublikationen gegangen und da gibt es unterschiedliche Angaben für die Aufteilung der Senkenwirkung. Und wenn man darüber mittelt, über die vielen Einzelpublikationen von Forschergruppen, die sich damit beschäftigen, dann habe ich gesagt, na gut, also es ist ungefähr die Hälfte, das wissen wir mit ziemlicher Sicherheit. Und wie es sich über Land- und Ozeansenke aufteilt, das ist so ein bisschen unklar. Deswegen habe ich gedacht, na gut, machen wir ungefähr halbe, halbe, also 10 Milliarden. 10 Milliarden. Aber im Weltklimaratsbericht ist die Aufteilung ein bisschen anders. Da sind es, glaube ich, bei den Landpflanzen 12 Milliarden und bei den Ozeanen 8 Milliarden. Aber in der Summe auf jeden Fall 20 Milliarden und ungefähr 1 zu 1. Also vielleicht aus 1 Drittel zu 2 Drittel. Darüber streiten sich die Experten. Es ist ziemlich schwierig zu messen, das. Ja, das ist also das Senkenmodell und es geht jetzt nur um die Ozeansenke und wie lange sie noch arbeiten wird. Dass sie im Jahr 2022 das getan hat, Das ist mal sicher. Die Frage ist, ist das vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon voll, diese Senke und dann ist nicht mehr. Und genau das möchte ich jetzt behandeln. Ja, und die Behauptung ist ja so, das steht hier auch im Weltklimaratsbericht. Ich habe die entscheidende Kurve hier dunkelblau nachgezeichnet, damit man die besser sieht. Das sind Modellrechnungen für die Zukunft. Also bis zum heutigen Tag 2022 ist es Daten. Da geht es immer hoch und die Prognosen der Klimaforscher mit den Klimamodellen gehen sofort ab der Zukunft, also bis es Daten gibt, geht es immer hoch, 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 weil die Senkenleistung hängt vom Partialdruck des CO2 ab. Der steigt ja die ganze Zeit. Und ab der Zukunft sagen die Klimamodelle, geht es runter, runter, runter auf Null. Und zwar für die Ozeansenke links, genauso für die Landsenke. Und genau diese Klimamodellrechnung, diese Ergebnisse halte ich für nicht okay. Ja, ist eine krasse Behauptung, zieht man sich eine Haufe Feindschaft auf. Ja, aber ich konnte eben auch hier in der Literatur hinweisen, hier ist die Figur 525 BC, Page 734, konnte eben auch die dahinter steckenden physikalisch-chemischen und biologischen Prozesse, konnte ich nicht finden. Ich konnte für die Ozeansenke noch nicht mal die Referenz finden im Weltklimaratsbericht. Was ist denn der Grund für dieses krasse Absacken der Senkenleistung? Das sind Annahmen, die da einfließen, die haben wir aber nicht rausgefunden aus den Publikationen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich bezweifle den Wahrheitsgehalt oder die Plausibilität dieser Klimamodellrechnung, speziell der Blauen. Ja, darum geht es jetzt. Und jetzt mache ich mal unseren Ansatz hier mit dem Senkenmodell plausibel in diesem Video. Zunächst mal aber nochmal vielen Dank an meine Unterstützer, auch jetzt wieder nach den Ferien. Wir starten also wieder. Ich werde jetzt nicht ewig über Klima reden. Es geht dann auch weiter mit Quantenphysik und ähnlichen Dingen. Und ich wollte auch eine neue Astrophysik-Vorlesung, die Reise zum Ende der Welt, auch wieder auflegen. Also ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe. Jetzt mache ich erstmal ordentlich diese Klimageschichte zu Ende. Ich habe ja sehr viele Klimavideos drin, aber es ist ja auch ein wirklich aktuelles Thema. Also vielen Dank an die Unterstützer. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Hier gibt es also die beiden E-Mail-Adressen, wo man über Paypal eine kleine Unterstützung uns zukommen lassen kann, dem Team, damit wir hier weitermachen können. Oder eben die Leute, die die Paypal-Gebühren vermeiden wollen. Da habe ich jetzt, weil meine Firma und der Kanal sind in der Schweiz lokalisiert. Deswegen hier diese beiden Schweizer Konten. Einmal ein Eurokonto und ein CAF und das Eurokonto aus Euroland, also aus Deutschland. Also hauptsächlich Deutschland und Österreich, weil ich ja Deutsch rede. Das ist, glaube ich, gebührenfrei hier. Und hier noch die Angaben für die Überweisung. Also vielen Dank an meine Unterstützer, die Paypal-Leute, da raffe ich mich jetzt wieder zu rauf. Ja, war ja Ferien, die kriegen dann eben noch dann einzeln eine Nachricht via Paypal. Vielen Dank. Und dann noch ein Disclaimer, weil mir vorgeworfen wird, dass ich ab und zu was sage, was nicht stimmt. Ja, ich bin nicht fehlerfrei. Also tut mir leid, sonst hätte ich, glaube ich, noch einen besseren Job, wenn ich keine Fehler machen würde. Man macht Fehler. Achso, vielleicht sollte ich besser sagen, ich bin eben ein Mensch. Ja, die komplexen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge versuche ich an eine leicht verständliche Sprache zu übersetzen. Wer Lücken zur vollständig wissenschaftlichen Sicht schließen möchte, recherchiere bitte bei den angegebenen Quellen. Fehler meinerseits passieren. Es gibt Rechenfehler. Da hat sich unlängst ein Kollege aus Berlin total aufgespult, weil ich irgendwas falsch gerechnet habe. Aber die wesentliche Aussage des Videos war eine andere, die hing gar nicht von dem Rechenfehler ab. Ja, naja. Druckfehler, Versprecher und Fehler in der Logik. Ich mache sogar Denkfehler. Meine Intention ist aber nicht, absolute Wahrheiten zu verkündern, wer ich ja Prediger oder Dogmatiker oder Fundamentalist, sondern die Menschen zum eigenständigen, kritischen Denken anzuregen. So wie in einer Universität. Ja, da kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Inhalt des Videos. Es geht also darum, plausibel zu machen, warum uns die Ozeansenke so dermaßen helfen wird, auch in der Zukunft und auch bisher geholfen hat, um dieses CO2-Problem einigermaßen, also um eine Chance zu haben, das CO2-Problem in den Griff zu bekommen. Und zwar möchte ich erst mal anfangen mit so einem Modell, das ist also eigentlich so eine Art Sprudelflasche, also ein abgeschlossenes Gefäß, was zur Hälfte mit Wasser gefüllt sei. Und jetzt hängt es von der Chemie ab, was für ein Gas hat man, also wir haben es jetzt mit CO2 zu tun, und was für eine Flüssigkeit, also Wasser, ob jetzt in der Gasphase im Gleichgewicht. Man gibt dem System also einen Haufen Zeit und dann diffundiert das Gas aus dem oberen Bereich, also hier dem oberen leeren Bereich, wo kein Wasser drin ist, wir Physiker und Physikerinnen nennen das die Gasphase, diffundiert also Gas in die Flüssigkeit ein, weil so Flüssigkeiten auch Gase lösen können. Es löst sich also in der Flüssigkeit. Und zwar so lange wird immer mehr Gas in der Flüssigkeit bleiben, bis der Partialdruck des Gases in der Flüssigkeit, also es ist ja ein gelöstes Gas, da ist aber sowas wie ein Partialdruck drin, ja, also so ein, ich nenne es mal Lösungsdruck, bis dieser Lösungsdruck des CO2 im Wasser, in unserem konkreten Fall hier, genau der gleiche ist wie in der Gasphase oben drüber. Also dann diffundieren genauso viele CO2-Moleküle in das Gas pro Zeit, in die Flüssigkeit pro Zeiteinheit hinein, wie pro Zeiteinheit wieder rauskommen. Es gibt also nach wie vor einen Austausch von CO2-Molekülen, also ein einziges CO2-Molekül wird irgendwann im Wasser verschwinden und kommt dann vielleicht nach einer Weile wieder raus, ist dann wieder eine Weile in der Gasphase. Und so gibt es also ein raus- und rein-diffundieren durch diese Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit und der Gasphase. Und jetzt habe ich es hier mal so gemalt, dass im Wasser also ein bisschen weniger CO2 drin ist, da muss man genau angucken, das hängt davon ab, wie die Wechselwirkung zwischen den CO2-Molekülen und diesem reinen, das ist jetzt Süßwasser, also dem reinen Wasser ist und da ist eigentlich ein bisschen weniger CO2 pro Kubikzentimeter drin, ja. Aber es wird sich eben ein Gleichgewicht einstellen, bis diese beiden Drücke, der reine Gasdruck und wenn das eine Gasmischung oben drüber ist, gilt das für jeden Partialdruck, also in unserem Fall der Partialdruck, der Teildruck des CO2s und diesen entsprechenden Lösungsdruck kann man es nennen, des CO2s in Wasser. Die müssen gleich sein, im Gleichgewicht, ja. Und das beschreibt das Henry-Gesetz, Gasmenge im Wasser proportional zum Partialdruck in der Gasphase. Das heißt, wenn ich hier die Anzahl der Moleküle in dem oberen Volumen in der Gasphase verdopple, verdoppelt sich auch der Gasdruck und dann diffundieren eben mehr CO2-Moleküle in das Wasser, als rauskommen, bis wir ein neues Gleichgewicht haben. Und das Gleichgewicht wird sich so einstellen, dass wir oben drüber den doppelten Druck haben und im Wasser auch den doppelten Lösungsdruck. Das heißt, wenn ich hier oben drüber die Konzentration verdopple, wird sie sich auch im Wasser verdoppeln. Ja, und das ist das Henry-Gesetz. Das heißt, es gibt so lange eine Senkenwirkung, ein rein diffundierendes Gases, bis wieder ein Druckausgleich erreicht ist. Man kann es auch vereinfacht so sehen, dass wir hier unten Gasbehälter haben. Das ist also netto ein Gasbehälter an gelöstem Gas in diesem Wasser. Ja, und hier oben drüber auch ein Gasbehälter. Und die beiden Gasbehälter sind über eine kleine Öffnung verbunden. Und wenn ich jetzt schlagartig den Druck hier oben in der Gasphase verdopple, dann fließt eine ganze Weile Gas in den unteren Gasbehälter, bis ein Druckausgleich erreicht ist. Also es wird ein Druckausgleich angestrebt. Und die Senkenwirkung, also mehr Gas in die Flüssigkeit, als wieder rauskommt, ist so lange der Fall, wie der obere Druck höher ist, als der Druck in der Flüssigkeit. Also wie zwei gekoppelte Gasbehälter. Ja, und das ist das Henry-Gesetz. Senkenwirkung also nur, solange der Gasdruck steigt. Sinkt der Gasdruck oben drüber in der Gasphase, wird das Wasser zur Gasquelle. Ja, das ist jetzt ein bisschen frustrierend für uns, wenn dieses Modell tatsächlich für die Erde zutreffen würde. Wenn wir jetzt, also durch Maßnahmen der Mitigation, also der Reduktion der CO2-Emissionen und gleichzeitig vielleicht auch noch durch irgendwie Extraktion von CO2, den Druck in der Gasphase senken unter den Gleichgewichtsdruck, dann fängt der Ozean an in diesem Modell, was für uns jetzt nicht zutrifft, aber ist erstmal die vereinfachte Version, fängt der Ozean an, CO2 zu emittieren. Also in dem Augenblick, wo die CO2-Konzentration in der Gasphase sinkt, würde nach diesem Modell hier, das gilt für Süßwasser, das Entscheidende ist, dass der Ozean Salzwasser hat. Werde ich gleich noch erklären. Für Süßwasser wird der Ozean anfangen, CO2 zu emittieren. Der Puff hat also so eine Pufferwirkung. Ja, das wäre natürlich dumm, ne? Also wir fangen an, CO2 nicht mehr ansteigen zu lassen in der Atmosphäre und pumpen es mit irgendwelchen Methoden aus dem Meer, also Extraktion, Sequestrierung, CO2 raus, dann würde das ganze CO2, was im Ozean ist, dann anfangen wieder rauszukommen und dann können wir ewig pumpen, ja? Aber dieses Modell ist eben nicht richtig. Es ist richtig für Süßwasser. Wir haben es aber im Ozean mit Salzwasser zu tun. Und das ist ein dramatischer Unterschied. Die beiden Gasbehälter, der Gasbehälter Ozean und der Gasbehälter Atmosphäre, die unterscheiden sich in ihrer Kapazität, CO2 aufzunehmen, um den Faktor 50. Das heißt, der untere Gasbehälter, den habe ich jetzt hier mal vom Volumen gleich groß gemalt, aber da ist viel mehr CO2 drin. Das heißt, dieser untere Gasbehälter ist riesengroß, 50 mal größer, kann also 50 mal mehr CO2 aufnehmen als die Atmosphäre. Und jetzt haben wir den Fall, dass wir also einen relativ kleinen Gasbehälter haben in unserer Atmosphäre und wir würden zum Beispiel den CO2-Partialdruck einfach verdoppeln. Also von den 280 Parts per Million, den wir vor der industriellen Revolution hätten, auf 560 Parts per Million. Wir sind jetzt bei 420, also auf dem Weg zu dieser Verdoppelung. Ja, dann haben wir den Gasdruck aber erstmal nur in der Gasphase verdoppelt. Und jetzt haben wir diese riesigen Ozeane da unten drunter, die so viel CO2 aufnehmen können. Und jetzt ist es so, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Gasreservoren, dem CO2-Reservoir im Ozean und dem CO2-Reservoir in der Atmosphäre, das ist ein ziemlich dünnes Loch, kleines Loch. Wir können also hier erstmal schlagartig oder relativ flott verdoppeln und bis dann das Gleichgewicht erreicht ist, das dauert ganz, ganz lange. Und so lange, wie das Gleichgewicht noch nicht erreicht ist, haben wir eine Netto-Senkenwirkung. Also das Gleichgewicht ist erreicht wieder, wenn der Gasdruck in der Gasphase, in der Atmosphäre, der Partialdruck an CO2 gleich dem Gasdruck, dem Lösungsdruck im Wasser, aber diesmal im Ozean, im Salzwasser entspricht, also Druckausgleich. Aber dieser Druckausgleich, der ist jetzt an einem ganz anderen Punkt, weil das Reservoir der Ozeane für CO2 gewaltig viel größer ist, als das in der Atmosphäre. Also das Henry-Gesetz gilt noch immer, wir erhöhen hier den Gasdruck, also Partialdruck CO2, deswegen verschwindet erstmal, solange das ansteigt, CO2 im Ozean. Aber der Ozean nimmt 50 Mal mehr Gas auf im Salzwasser als in der Gasphase. Das untere Reservoir ist riesengroß. Und jetzt passiert Folgendes, wir haben also in einem kleinen Reservoir unserer Atmosphäre meinetwegen den Partialdruck an CO2 verdoppelt. Jetzt haben wir unten drunter dieses riesige Reservoir, das Volumen ist nicht so groß, aber es kann eben so viel CO2 aufnehmen. Dieses riesen Reservoir an CO2 und jetzt dauert es ganz lange, bis dieses überschüssige CO2, also es dauert Jahrhunderte, im Ozean verschwunden ist und wir wieder einen Druckausgleich haben. Also dieses Erreichen des Gleichgewichts dauert ganz lange. Und erst dann, wenn es erreicht ist, hört die Senkenwirkung des Ozeans auf. Also ich habe jetzt versucht das zu erklären, ich hoffe es ist durchgekommen. Entscheidend ist also die Tatsache, dass im Ozean 50 Mal mehr CO2 gespeichert werden kann, im Salzwasser als in der Luft. Das Reservoir im Ozean ist also gigantisch, 50 Mal mehr. Das heißt, wenn wir schlagartig, das hat jetzt 150 Jahre gedauert, bis wir auf 420 Parts per Million sind, aber wenn wir schlagartig die Gasmenge verdoppeln, dann würde das in der Luft, in der Gasphase bewirken, einen Druckanstieg im Gesamtsystem um nur 2%, ein Fünfzigstel. Wenn der Druckausgleich erreicht ist. Wir haben jetzt also das auf 420 Parts per Million hochgeschraubt und die ganze Zeit sackt CO2 im Ozean ab. Aber im Ozean selber steigt der Druck nur ganz, ganz langsam, weil diese kleine Gasmenge, die da in den Ozean pro Jahr rein verschwindet, eben diese Menge im Ozean nur geringfügig erhöht. Und das heißt, es dauert lange, bis das Gleichgewicht erreicht ist. Und das ist mein Hauptargument, dass die Senkenleistung nicht in den nächsten Jahrzehnten abfallen wird, sondern sie wird weiterlaufen. Aus diesem Grund. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Okay, weiter. Der Mechanismus der Ozean senkt Teil 3. Jetzt mit Zahlen aus dem Assessment Report Nummer 6. Ich unterlege das jetzt mit Gigatonnen CO2. Also, es muss der Gasdruck ausgeglichen sein, aber jetzt erstmal nur für die Wasseroberfläche, weil, das werden wir noch sehen, das anthropogene CO2, also dieses zusätzliche CO2, das hat sich bis jetzt erst in den ersten paar hundert Metern des Ozeans überhaupt bemerkbar gemacht. Weil eben diese Öffnung, also die Diffusionsgeschwindigkeit durch die Wasseroberfläche so gering ist, dauert es ganz lange, bis dieses CO2 dann wirklich mal in der Tiefe des Ozeans angekommen ist, oder jedenfalls ein bisschen. Also, das Henry-Gesetz gilt nach wie vor, aber nur für die oberste Wasseroberschicht. Das heißt, hier oben haben wir tatsächlich eben diese Bedingung des Gleichgewichtes, aber weiter unten hat sich die CO2-Konzentration kaum merklich erhöht gegenüber dem Wert vor der industriellen Revolution. Ja, und das können wir unterlegen, kumulative Emissionen der Menschheit seit 1850, also was die Menschheit überhaupt emittiert hat, da gibt es etwas unterschiedliche Werte. Ich habe es mal gerundet auf 2500 Gigatonnen CO2 und das kann man in Gigatonnen Kohlenstoff, die rechnen immer in Kohlenstoff, umrechnen. Das sind 681 Gigatonnen Kohlenstoff. Also, das ist die Zahl. 681, das hat die Menschheit durch Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl bisher emittiert. Und davon ist im Ozean angekommen, nach dem Assessment Report Nummer 6, also dem neuesten Bericht dieses Weltklimarats, 173 Gigatonnen. Aber im Ozean sind 37.100 Gigatonnen gespeichert. Natürlich, das ist das natürliche CO2. Das heißt, die zusätzliche Menge ist absolut geringfügig, die bisher im Ozean, von den Ozeanen der Welt aufgenommen wurde. Die fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Das ist ja, was ist, kann man ausrechnen, das ist ja ein winziger Bruchteil. Und die Menge an CO2 in der Atmosphäre, da ist eben viel weniger, wegen dieses Verhältnisses, 1 zu 50. Da sind 279 Gigatonnen angekommen, 591 waren vorher schon drin. Das ist der natürliche Gehalt unserer Atmosphäre an CO2. Und das ist eben dieser Anstieg des Partialdrucks von 280 auf 420 Parts per Million. Was wir hier sehen, ist, dass von den insgesamt emittierten 681 Gigatonnen ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger, in der Atmosphäre angekommen ist. Und von dem fehlenden Teil ist wiederum ungefähr die Hälfte im Ozean verschwunden. Und was hier nicht steht, das ist die andere Hälfte, das ist in der Landsenke. Also von den 680 Gigatonnen sind 280 Tonnen eben tatsächlich in der Atmosphäre angekommen. Und vom fehlenden ist etwa halbe, halbe im Ozean und in der Landsenke verschwunden. Entscheidend ist aber hier, dass im Ozean 37.000 Tonnen CO2 eigentlich aus natürlichen Gründen gespeichert sind und bisher nur 173 Gigatonnen dazugekommen sind. Die zusätzliche Menge im Ozean ist absolut geringfügig, weil da eben vorher schon so fürchterlich, also so sehr viel drin war. Ja, und das liegt eben daran, dass das CO2 nicht als Gas im Salzwasser gespeichert wird oder nur zu einem winzigen Bruchteil, sondern zum größten Teil in Karbonaten. Das ist eigentlich eine chemische Reaktion, die da passiert und deswegen kann der Ozean so viel CO2 als Salzwasser aufnehmen. Das ist also ein Riesenunterschied, ob man Süßwasser- oder Salzwasserozeane hätte für diese Berechnung. Und das war eigentlich jetzt schon das Entscheidende. Ich habe versucht zu erklären, dass die Ozeansenke natürlich weiterlaufen wird, weil bisher bei Weitem noch kein Gleichgewicht erreicht wurde und der Ozean noch viel, viel mehr CO2 aufnehmen kann. Ja, mehr Mechanismus der Ozeansenke, Zahl 4. System, Atmosphäre-Ozean mit Zahlen und im Gleichgewicht. Was für einen Druck würden wir denn im Gleichgewicht erreichen? Gegenüber der Gesamtmenge an natürlichem Kohlenstoff, nämlich die Menge im Ozean plus die Menge in der Luft, ist die zusätzliche Menge, die die Menschheit emittiert hat, vergleichsweise gering oder verschwindend gering. Das heißt, das neue Gleichgewicht, wenn man im Ozean jetzt, das sind aber Tausende von Jahren, also beliebig viel Zeit, sehr viel Zeit zur Verfügung stellen würde, dann hätten wir also mit diesen 37.100 plus 591 Gigatonnen Kohlenstoff, das natürliche CO2, das haben wir einen Druck gehabt, vor der industriellen Revolution von 280 Parts per Million. Und wenn wir jetzt unsere 681 Gigatonnen, die wir bisher emittiert haben, dazu addieren und geben den Systemen viele Jahrhunderte Zeit, um das Gleichgewicht zu erreichen, dann gehen wir auf 285 Parts per Million. Also nur eine geringfügige Druckerhöhung, weil die Gesamtmenge an natürlichen CO2 im System Atmosphäre plus Ozean durch die menschlichen Emissionen ja nur geringfügig angestiegen ist. Ich will jetzt nicht das CO2-Problem verharmlosen, sondern ich möchte sagen, dass die Ozeansenke nicht in absehbarer Zeit aufhören wird zu wirken. Man kann sich darüber unterhalten, wie stark die Senkenleistung in der Zukunft sein wird, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber der Ozean wird weiterhin über sehr lange Zeit CO2 aufnehmen. Und das ist eine gute Nachricht. Ja, wie lange ist die Zeitkonstante? Das wissen wir aus paleoklimatologischen Untersuchungen. Wir sind in Teil 5 hier. Die Ozeansenke wird weiterlaufen, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Und die Zeitkonstante ist die Umweltzeit der Ozeane. Und das wissen wir aus der Erdvergangenheit. Hier haben wir eine Messung in der letzten Warmzeit. Das ist, glaube ich, die E-Warmzeit mit zwei E. Vor 120.000 Jahren, da kam das System aus der Eiszeit. Und das Blaue ist die Temperatur. Das heißt hier, da steht jetzt keine Skala dran, das ist einfach der relative Verlauf. Ich habe das aus einer Originalpublikation. Das ist hier ein Science Paper, Science Band 283 und so weiter. Da kam die Temperatur aus der Eiszeit und schnellte dann nach oben. Und so eine Warmzeit, die dauert etwa 10.000 Jahre hier. Das sind also 140.000, 120.000 Jahre vor heute. So, Temperatur schnurrt hoch. Und hier haben wir das CO2. Und das CO2 hier, das ist diese Kurve hier, das geht auch hoch. Aber in diesem Fall hier ist die Erwärmung nicht durch das CO2 bewirkt, sondern die wird durch Änderungen der Einstrahlung der Sonne auf die Nordhalbkugel bewirkt. Das ist also die gängige Milankovic-Theorie für diese Zyklen von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, Warmzeiten. Und was wir hier sehen ist, diese beiden dünnen schwarzen Striche von mir eingezeichnet, ist ein Zeitversatz von, und da reicht die Messgenauigkeit, das stammt hier aus Eisbohrkernen, diese Messung ist nicht genau genug, aber da ist ein Zeitversatz von 500 bis 1000 Jahren drin. Und das ist die Umweltzeit der Ozeane, bis sie sich in einer Warmzeit oder Zwischeneiszeit dann erwärmt haben und sie gasen dann CO2 aus. Das heißt, es gibt uns hier eine Idee, dieser Vergleich hier, der Zeitversatz ist der beiden Kurven, Temperatur, das kriegt man aus Isotopenverhältnissen und CO2, das sind eingeschlossene Gasblasen in den Eisbohrkernen, da kriegen wir eine Idee, was der Zeitversatz ist, wann die Ozeane auf eine Erwärmung oder Abkühlung reagieren oder auf eine Änderung des CO2-Partialdrucks. Es sind 500 bis 1000 Jahre hier aus dieser paleoklimatologischen Daten. Das heißt, das ist die Zeitkonstante, mit der die Ozeansenke weiterarbeiten wird. Ja, ist natürlich die Frage, wie stark wird sie weiterarbeiten, aber sie wird so lange weiterarbeiten, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Ja, und da gibt es auch Modellrechnungen dazu. Und das habe ich hier gefunden. Das ist hier The National Academies Press, also von der Nationalen Akademie der Wissenschaften aus Washington, aus den USA. Hier ist der Link angegeben, NAP und so weiter. Da kann man das nachlesen. Und ich habe da auch irgendwo die Seite und sowas angegeben. Da findet man diese Figur, das ist eine Modellrechnung. Und zwar mit den gängigen, großen Klimamodellen für die ganze Welt. Da hat man in die Atmosphäre, in diesem Modell, hat man einen Puls von CO2 eingegeben. Und zwar hier in Petagramm Kohlenstoff. Also wir haben ja diese, ich heiße hier, ungefähr 800 Petagramm, einmal 100, einmal 1000, einmal 5000 Petagramm Kohlenstoff. Schlagartig in die Atmosphäre reingegeben und geschaut, auf welcher Zeitkonstante sich der Partialdruck dann absenkt auf den Gleichgewichtswert. Und wir haben hier einmal, also 0 bis 100 Jahre, dann hier in der Mitte die etwas mittelfristige Berechnung bis 1000 Jahre und dann bis 10.000 Jahre. Und die blaue Kurve ist jetzt nur die 100 Petagramm Kohlenstoffkurve, aber ich glaube die 1000 Petagramm Kohlenstoff, wir haben wie gesagt bisher 800 Petagramm seit der industriellen Revolution emittiert. Und die folgt ungefähr, hier ist die gelbe eingezeichnet, etwa der blauen Kurve. Wir haben also am Anfang die Funktion der beiden Senken, das ist Land, Land Uptake, die Landsenke und Ocean Invasion haben die das genannt. Also ich nehme an, das ist die Senkenwirkung. Und dann hört aber irgendwann die Landsenke auf, auf der Skala von 100 Jahren. Das würde ich eben auch denken, dass sie also dann nachlässt. Aber die Ozeansenke läuft weiter und der Partialdruck, dieses zusätzlich schlagartig in die Atmosphäre emittierten CO2s, wird also immer weiter abgesenkt, durch dass die Aufnahme des Ozeans bis sie schließlich nicht ganz wieder den alten Wert erreicht, nach 10.000 Jahren. Aber in den ersten 100 Jahren geht es runter auf 40% und dann noch langsamer weiter, wenn man so einen Puls in die Atmosphäre reingebt. Und über die Zeitkonstanten kann man sich streiten, weil das hängt, wie ich gleich noch erklären werde, sehr von den Eigenschaften der Grenzfläche zwischen Gasphase und dem Wasser ab und der Durchmischungszeit der Ozeane. Aber das beschreibt jedenfalls das, was mir persönlich plausibel scheint bei all diesen Modellrechnungen. Also hier ist nicht die Modellrechnung, es geht hoch und wieder runter, sondern es geht die ganze Zeit runter. Die Ozeansenke arbeitet viel länger als die Landsenke und nimmt letztendlich praktisch alles an CO2 auf. Hier in dieser Modellrechnung mit diesem Hinweis, aber da kann man dann wieder die Originalpublikation, die in dieser größeren Studie hier übernommen wurde, das kann man dann nachlesen. Mir erscheint das hier vollkommen plausibel. Wie sieht die Situation heute auf? Da haben wir hier wieder ein Paper in Science, also einer der führenden Wissenschaftszeitungen. Und hier ist also in diesen farblichen Markierungen die Menge an zusätzlichem anthropogenen CO2 in den Ozean dargestellt und der Farbcode hier ist in Mikromol pro Kilogramm, also wie viel CO2 ist in den Ozean und die drei Flügel hier, das sind die verschiedenen Ozeanen, das ist der Pazifik, nach links unten der Atlantik und nach links oben der Indische Ozean. Und wir sehen, dass nur in den obersten hunderten Metern die Farbe Rot hier vorherrscht mit 10 Mikrogramm und dann ist es tiefer unten unter 500 Meter ist es praktisch null. Da ist noch gar kein CO2 angekommen. Ja und dann habe ich mich gefragt, ja okay, das ist das zusätzliche CO2. Wie viel CO2 ist denn in der Form von Karbonaten im Ozean überhaupt gelöst? Ja und das kann man hier eben mit den Zahlen vergleichen. Der natürliche Gehalt an CO2 ist 2200 Mikromol pro Kilogramm und der zusätzliche Anteil, das ist dieser Farbcode hier, der liegt dann oben in den oberen Schichten zwischen 10 und 15 Mikromol. Es ist also eine verschwindend geringe Menge zusätzliches menschengemachtes CO2, was bisher im Ozean angekommen ist. Er hat also noch lange nicht sein Gleichgewicht erreicht. Und das ist eben das Problem, diese Durchmischungszeit, die ist ganz, ganz langsam und die Durchmischung ist ein bisschen heftiger hier im Atlantischen Ozean. Das hat was mit dem Golfstrom zu tun. Also hier sieht man das, dass der Aufnahmeprozess des Ozeans von zusätzlichem CO2 gerade erst begonnen hat. Hier haben wir ein Bild, wie sich das CO2 in physikalisch-chemisch gelöster Form im Ozean verteilt. Und das ist ein Tiefenprofil. Bisschen unterschiedlich für den Atlantischen und den Pazifischen Ozean. Und hier oben ist die X-Achse. Da haben wir die Konzentration an CO2 in Mikromol pro Kilogramm, hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und das ist an der Oberfläche. Also hier sind wir oben an der Wasseroberfläche bei Nulltiefe und das geht bis 5000 Meter Tiefe runter. Da haben wir eben ungefähr 2000 Mikrogramm und in der Tiefe nimmt die CO2-Konzentration, hauptsächlich eben Bikarbonate, nimmt zu auf 2200, 2300 Mikromol pro Kilogramm. Und es ist ziemlich wichtig, sich dieses Tiefenprofil hier mal vor Augen zu führen. Hier unten ist der Link übrigens angegeben. Das ist so eine Art Internetlehrbuch für diese Ozeangeschichte. Es ist ziemlich wichtig, das zu sehen, dass es in den obersten Schichten eben eine niedrigere Konzentration an CO2 gibt. Warum ist das so? Die Begründung jedenfalls nach diesem Lehrbuch hier ist, dass es die biologische Pumpe. Also die biologische Pumpe, das ist der Begriff dafür, dass wir in den oberen Bereichen des Ozeans Organismen haben, also Phytoplankton, was Photosynthese macht. Wir machen das Gleiche wie die Landpflanzen. Sie absorbieren CO2, in dem Fall jetzt aus dem Wasser, und wandeln es um in organische Substanzen. Und damit ist das CO2 weg. Also diese Absenkung hier in den obersten Schichten, da wo die Sonne noch reinkommt, das ist die Photosyntheseleistung des Phytoplanktons. Und das ist die biologische Pumpe, denn dadurch ist ja hier die Konzentration geringer in den obersten Schichten, und dadurch kann der Ozean noch ein bisschen mehr CO2 aus der Luft aufnehmen, als wenn es nur die physikalisch-chemische Pumpe gäbe. Also es gibt zwei Absorptionsmechanismen des Ozeans, die biologische Pumpe und die physikalisch-chemische Pumpe. Und das ist eben erkennbar, die biologische Pumpe daran, dass in den obersten Schichten die CO2-Konzentration im Ozean etwas geringer ist, also 10% ungefähr. Und hier nochmal die absoluten Zahlen, der anthropogene Zuwachs ist gegenüber dieser riesigen Menge im Ozean eben bisher geringfügig. Ja, jetzt ist die Frage, wie wird sich die Senkenleistung im Ozean denn verändern? Ich habe gesagt, dass das Gleichgewicht erreicht wird, das dauert viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, und der Ozean kann ganz viel CO2 aufnehmen. Also kein Problem. Nur dieser Prozess des Diffundierens an CO2 aus dem Überdruck aus der Atmosphäre, also zu hohem Druck gegen den Gleichgewicht im Ozean, in den Ozeanen, der ist durch bestimmte Zeitkonstanten bestimmt. Also zum Beispiel die biologische Pumpe hängt davon ab, wie viel die Sonne scheint und solche Sachen und wie viele Nährstoffe zur Verfügung stehen. Aber auch für die physikalisch-chemische Pumpe gibt es Prozesse, die Sie vielleicht, diese Pumpe oder Senke, in der Zukunft langsamer werden lassen. Und die Geschwindigkeit dieses Eindiffusierens von CO2 aus diesem Überdruck, also oberhalb des Gleichgewichts, in der Atmosphäre, die Geschwindigkeit der Ozeansenke, die hängt ab vom CO2-Partialdruck, also je höher der Druck ist, umso stärker arbeitet die Ozeansenke, das haben wir jetzt die ganze Zeit beobachten können, die Senkenleistung ist die ganze Zeit hochgegangen, aber auch von der Temperatur der Wasseroberfläche, ja, weil warmes Wasser löst eben CO2 schlechter, von der sogenannten Stratifikation der Wassersäule, also das ist die Durchmischung. Wenn wir an der Oberfläche recht warmes Wasser haben, tiefer unten drunter, dann dieses kalte, dichte Wasser, also bei 4 Grad Celsius zum Beispiel, oder noch tiefer, dann durchmischt sich der Ozean nicht so gerne, weil das warme Wasser viel leichter ist. Und deswegen erwartet man durch die Klimaerwärmung eine weniger gute Durchmischung durch diesen Effekt der Stratifikation, also der Temperaturschichtung der Wassersäule in den Ozeanen. Dann, das hat was auch damit zu tun mit der Dynamik der Meeresströmung, da gibt es unterschiedliche Annahmen, also meistens behaupten die Leute, die diese Modellrechnung machen, dass sich der Golfstrom zum Beispiel abschwächen wird. Da gab es auch mal eine Messung, das war aber eine Zeitungsente, das also die Dynamik der Meeresströmung abnimmt. Und die Meeresströmungen sind ja rumrührend, das ist die Durchmischung, dann würde auch die Durchmischung in der Zeit länger dauern und damit die Ozeansenkenleistung abnehmen. Dann die Salinität, ich hatte ja gesagt, das Wichtige ist der Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser, also der Salzgehalt oder auch an verschiedenen Salzen ist ganz wichtig in der Oberflächenschicht. Der pH-Wert ist ganz wichtig, der hat was mit dem Revell-Faktor zu tun, aber jetzt tauchen wir ein bisschen zu tief ein in die Chemie dieses CO2-Absorptionsprozesses im Ozean. Und das ist eben der Revell-Faktor und wen das interessiert, der kann das hier auf dem englischen Wikipedia dann in Ruhe nachlesen, was der Revell-Faktor ist. Aber der ist ganz entscheidend für die Absorptionsfähigkeit, der Ozeansenk, also sagen wir für die Geschwindigkeit. Und mir erscheint es also plausibel, werde ich gleich nochmal in der Folie zeigen, dass das ein bisschen abnimmt, aber nicht so, sondern vielleicht ein bisschen. Ja, und die biologische Pumpe, da ist es ganz unklar, was passieren wird. Die hängt ab von der Temperatur, weil die Stoffwechselgeschwindigkeit des Phytoplanktons nimmt natürlich zu, wenn es wärmer ist. Ja, also das ist allgemein für Pflanzen gar nicht so schlecht, wenn es wärmer wird. Stratifikation der Wassersäule, das hat was mit der Verteilung der Nährstoffe zu tun. Dynamik der Meeresströmung hängt natürlich auch mit der Verteilung der Nährstoffe zu tun. Tiefenwasser hat viel mehr Nährstoffe, weil oben leben ja die Viecher, also das Phytoplankton. Und dann gibt es da eine Verarmung an Nährstoffen. Also, und das ist eben Nährstoffverfügbarkeit. Also eigentlich sind diese drei Punkte hier sind alle drei Nährstoffverfügbarkeit. Da könnte also eine Abnahme auch der biologischen Pumpe eintreten. Aber was erscheint mir denn jetzt plausibel? Also man kann in Modellen, kann man einfach einprogrammieren, Klimamodelle so, Nährstoffkonzentration nimmt ab und zack ist die Ozeanpumpe auf null. Aber es wäre natürlich schön, wenn man da auch eine physikalisch-chemisch- biologische Erklärung dafür hätte. Also mir erscheint es plausibel, dass die physikalisch-chemische Pumpe um vielleicht 10 oder 15 oder 20 oder vielleicht maximal 30 Prozent abnimmt. Es gibt Berechnungen, hier unten ist das Diagramm für den Revell-Faktor, der eben sehr entscheidend ist, auch für die Senkenleistung der physikalisch-chemischen Pumpe. Der nimmt nur um 10 Prozent ab. Im sanftesten Szenario, das ist dieses hier, das Bild hatte ich schon mal gezeigt. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal im Detail. Das heißt, und dann die Temperaturzunahme in den Oberflächenschichten. Wir reden von einer globalen Erwärmung um 2 Grad. Das ändert die Löslichkeit an CO2, 2 Grad Wassererwärmung. Nicht dramatisch. Stratifikation ist ein bisschen unklar, hat viel mit den Windsystemen zu tun. Abnahme, ja. Und das auch die Abnahme der Dynamik der Meeresströmung. Da muss ich ein Fragezeichen dran machen, aber das wird jetzt nicht schlagartig auf null runtergehen. Und die Salinität, das ist mir so ein bisschen unplausibel, warum die sich so drastisch ändern sollte. Ich denke, es könnte eine Abnahme geben. Bisher gibt es keinerlei Hinweise, steht auch im Assessment Report Nummer 6, eine Abnahme der Senkenleistung der Ozeane oder auch der Landsenke. Sie nimmt die ganze Zeit zu. Es gibt also keinerlei experimentelle Hinweise für eine Abnahme, aber ich könnte mir, es erscheint mir plausibel, dass die physikalisch-chemische Pumpe tatsächlich ein wenig abnimmt über diese Argumente hier, die man in den verschiedenen Papers findet, aber nicht so drastisch wie in den Modellrechnungen gezeigt. Glaube ich nicht. Zunahme, Abnahme der biologischen Pumpe, ja, da würde ich erst mal denken, dass die NPP, die Netto-Primärproduktion, auch das Phytoplankton zunimmt. Genauso wie bei den Landpflanzen. Das Klima wird für die Photosynthese global günstiger. Stratifikation bewirkt eventuell Nährstoffmangel, weil unten sind viele Nährstoffe, oben sind sie depleted, verbraucht von den Lebewesen. Und wenn man die Durchmischung absenkt, dann kann es passieren, dass wir oben eben weniger Phytoplankton haben, weil es eine Verarmung an Nährstoffen gibt. Aber es gibt Anpassungsprozesse. Die Biologen haben jetzt irgendeine Planktonart gefunden, die haben so eine Geißel, die bewegen sich nach unten, um zu fressen, und dann wieder nach oben, 100 Meter oder so was, oder ein bisschen mehr, nach oben in die Zone des Lichts für die Photosynthese. Also die Biologie, das Leben hat da noch ein paar Ideen. Es gibt Anpassungsprozesse. Also ich denke, es ist gar nicht klar, ob die biologische Pumpe sich tatsächlich abschwächt. Sie könnte sich auch verstärken. Ja, also Abnahme der physikalisch-chemischen Pumpe, würde ich denken, ja, 10% oder maximal vielleicht 30%. Und Zunahme eben der biologischen Pumpe erscheint mir mal plausibel. Bisher hat die Senkenleistung des Ozeans, hier haben wir so eine Messung aus dem Paper, oder ja, also hier, das ist vom Global, vom Copernicus, ich glaube, die Daten stammen vom Global Carbon Project. Hier sieht man also, die Senkenleistung, die geht die ganze Zeit nach oben und hier rot reingestrichelt, das habe ich reingemalt, sieht man meine 10 Gigatonnen an CO2, die hier dieser Linie entsprechen. Das hat sogar das hier überschritten. Ja, also es geht die ganze Zeit nur nach oben in der Vergangenheit. Und die Behauptung ist jetzt eben, dass ab jetzt der Trend steil nach unten geht. Die Behauptung der Klimamodellierer, die mir aber eben nicht plausibel erscheint. Mein Fazit, das lese ich jetzt einfach mal vor. Die Ozeane Senke wird so lange weiterarbeiten, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. Mit diesem vermehrten Menge an CO2 im Gesamtsystem. Dieser Prozess wird Jahrhunderte dauern. Prinzipiell kann der Ozean praktisch alles, 98 Prozent, wegen dieses Verhältnisses 1 zu 50, zusätzliche CO2 der Menschheit aufnehmen. Die Geschwindigkeit der Annäherung an ein Gleichgewicht hängt in erster Linie von der Durchmischung der Ozeane ab. Das dauert weiterhin von verschiedenen Eigenschaften der Oberflächenschicht des Wassers. Salinität, pH-Wert und so weiter. Und natürlich die biologische Pumpe. Die Ergebnisse von Klimamodellrechnungen hängen stark von den Annahmen ab, wie sich die Parameter verändern werden. Der Programmierer kann ja einfach reingeben, da sind jetzt weniger Nährstoffe und zack, ist die biologische Pumpe weg vom Fenster. Aber ob das stimmt? Beispielsweise von den Veränderungen am globalen Windsystem. Ja, also es hängt sehr stark die Durchmischung in den Ozean, die großen Meereströmungen hängen von den Winden ab. Es wurde lange behauptet, wir kriegen mehr Wind durch die Erwärmung, weil mehr Energie in der Atmosphäre ist. Jetzt kann man aber auch sagen, es ist vielleicht weniger Wind. Aber das scheint mir unklar zu sein, wie sich das Windsystem der Erde in der Zukunft verändern wird. Ja, mehr oder weniger Stürme. Also das sind Annahmen, die dann in die Modelle einfließen und jedes einzelne Modell gibt übrigens unterschiedliche Ergebnisse. Die Ozeansinke, und das ist ein Pluspunkt, also ich denke, der Ozean wird uns weiterhin helfen, in erster Linie über das Henry-Gesetz. Solange der Partialdruck steigt, wird die Senkenleistung steigen und wenn der Partialdruck nicht mehr steigt oder sogar absinkt, dann wird die Ozeansinke uns immer noch helfen, aber sie wird sich vielleicht über 100 Jahre, das wäre so die Zeitkonstante, um 10, 20 oder gar 30 Prozent absenken von der physikalisch-chemischen Pumpe, aber die biologische Pumpe wird vielleicht sogar zunehmen. Also netto vielleicht eine Abschwächung der Senkenleistung bei gegebenem Partialdruck, hängt ja in erster Linie vom Partialdruck ab, aber ich würde mal denken, vielleicht 20 Prozent, also nicht diese deprimierende Kurve von den Klimamodellierern. Die Ozeansinke kann mit geeigneten Maßnahmen verstärkt werden. Ja, der Ozean kann ja sehr viel CO2 aufnehmen und vielleicht kann man ja dieses Diffundieren von CO2 aus der Atmosphäre in den Ozeanen, vielleicht kann man die verstärken und das mache ich im nächsten Video. Wir können die Ozeansinke nutzen, trainieren, um ein paar Gigaton mehr aufzunehmen und das würde wirklich einen Unterschied machen für die Zukunft. Das aber dann im nächsten Video. Methoden zur Verstärkung der Senkenleistung. All das hier habe ich jetzt also schon vor den Ferien gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal die Zukunft der Ozeansinke näher erklärt, weil es da riesen Debatten gab, dass es die am Ende gar nicht gibt oder sowas, sehe ich ganz anders und wir können sogar die beiden großen Senken noch trainieren, dass sie mehr CO2 aufnehmen können und zum Schluss dann noch ein Video über Methan. Das wäre dann mein Video sehr distant zu Ende, wenn ich das durchgearbeitet habe zu dem Problem von dem Klima. Ja, hier nochmal zum Schluss meine Internetseite www.gante4.ca und ich komme auch gerne persönlich zu Vorträgen irgendwo hin, um mich der Diskussion der Skeptiker gegenüber meinem optimistischeren Ansatz hier zu stellen. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.